Einen schönen guten Morgen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und auch liebe Traderinnen und Trader. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Donnerstag. Der 26. Juli ist heute und wir treffen uns hier wieder um ein paar aktuelle Handelsideen im Bereich Indizes und Währungen miteinander zu besprechen. Einen schönen guten Morgen Ludger und auch an all von Ihnen, die hier live zuschauen. Wenn Sie mögen, stellen Sie ruhig die ein oder andere Frage zu Ihrem Wunschschat. Da gehe ich gerne drauf ein. Das war ja gestern wieder ein Tag. Wenn wir uns mal den DAX angucken, wir werken auch gleich mal einen Blick auf den DAX, dann ist ja eine Wahnsinnsbewegung hier gestern abgelaufen. Das war absolut irre. Vorab allerdings der Risikohinweis, der ist obligatorisch. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit würde ich sagen, bevor wir in unsere normale Tagesvorbereitung reinspringen, gucken wir mal kurz auf den DAX. Das war absolut irre. Wir sind gestern im Handelsverlauf absolut runtergelaufen, dick ins Minus gelaufen. Hier sozusagen diese Ablaufbewegung seit wann war es gewesen. Man hat das Ganze gestartet am 24. Wir hatten gestern auch wieder einen sehr starken Abverkaufstag. Ja, bis dann im Nachhandelsschluss in Deutschland die Kurse so langsam anfingen zu steigen. Und dann schauen Sie sich mal diese Wahnsinnskerze an. Das ist echt der Knaller. Es gab Meldungen seitens mit dem Handelszöllen in den USA. Da gab es ja das Treffen in den USA zwischen Oettinger und Trump. Und ja, da gab es Nachrichten, die den Markt auch sehr erfreut haben. Und dann hat es richtig nach oben geknallt. Der Tag hat einiges weggeholt. Schauen Sie sich mal diesen Tagesschart von gestern an, wo das tief gewesen ist, wo das hoch gewesen ist. Der Wahnsinn. Und jetzt sind wir hier in einer echt spannenden Situation. Gut, wir haben heute Zahlen bzw. Zinssitzungen von der EZB. Das muss man immer so ein bisschen mit dem Raum betrachten. Aber wenn wir uns mal die reine charttechnische Situation hier anschauen, es ist klasse. Schauen Sie sich das mal an. Hier 1, 2, 3, 4 Tageshochs. Extrem eng aneinander. Das heißt, wenn wir hier doch einen Lauf bekommen, dann könnten wir sehr, sehr, sehr dynamisch hier bis hier oben ran laufen und sogar über die 12.780 Punkte Marken steigen. Also muss man sagen, das kann ordentlich was werden. Der Markt muss mitspielen, ganz klar. Aber wir haben das Teil mal auf der Uhr, auf alle Fälle, weil das ist eine spannende Situation, die ich nicht im Blog beschrieben habe, sondern das hat sich halt entwickelt aus den Märkten heraus, wie das Ganze laufen kann. Bleibt hier spannend. Ist ein Blick wert. Gerade für das kurzfristige Trading sollte man das auf alle Fälle auf der Uhr haben. Und wenn wir uns das Ganze auch mal anschauen, gucken Sie sich, dass der gebildete Aufwärtstrend bewegen, Korrektur bewegen, tiefe Korrektur wieder hoch. Hier oben setzt es sich fort. Kommen Anschlusskäufe, sind dann hier natürlich noch weitere Anlaufpunkte nach oben hin möglich. Muss man sehen. Aber wir haben einiges auf der Agenda, was vor uns liegt, wenn der Markt sich weiter positiv entwickelt. Das Wenn ist immer dabei. Das wissen Sie im Trading. Es kann immer viel, viel, viel passieren. So. Und damit würde ich sagen, zum Thema passieren. Schauen wir mal in die Tagesnachrichten hinein. Ich hatte es gerade angekündigt. Heute ist EZB-Tag. Das heißt, wir kriegen hier den Zinsentscheid. Ja, der Markt, der erwartet da nichts. Die Zinsen werden bleiben, wo sie sind. Wo soll auch die Zinssteigerung herkommen? Bei der Inflationssteigerung, in Anführungsstrichen, die wir hier in Europa haben. Das ist nicht unbedingt der Knaller von der Seite her. Der Zins wird, das erwartet der Markt, bleiben, wie er ist. Aber die Pressekonferenz, die ist wichtig. Da hören die Analysten wirklich ganz genau hin. Da sind die spitz auf Knopf genäht, weil es wird jedes Wort von Herrn Draghi auf die Goldwaage gelegt, wie man das so schön sagt. Und geschaut, was geht denn hier weiter? Was denkt die Zentralbank? Wie kann sich das Ganze mit dem, mit der ganzen Zinsentwicklung, mit der Marktunterstützung, alles Mögliche, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und das ist natürlich etwas. Da wartet der Markt drauf. 14.30 Uhr ist es dann soweit. Da kommen die wichtigen Sachen. Das ist ein Moment. Da wird der Markt wirklich drauf warten. Heute Morgen gab es noch das GfK Konsum Cleaner Index für Deutschland. Warum auch immer jetzt hier kein Wert eingestiegen ist, der war bei 10,6. Ja, das ist jetzt keine dramatische Abweichung. Von der Seite her wird das Ganze hier alles entspannt gesehen, nehme ich mal an. Dann gibt es heute um 10 Uhr die Pressekonferenz der OPEC. Bei dem letzten Mal bei der letzten Pressekonferenz der OPEC gab es deutlich Bewegung nach unten. Wir haben ja gestern hier deutliche Kurssteigerungen gesehen, weil der Ölpreis aufgestiegen ist in Zusammenhang mit dem stark gesunkenen Rohölagerbestand in den USA. Mal gucken, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Und dann gibt es um 14.30 Uhr aus den USA noch das Thema zivile Investitionsgüter, Auftragseingang für langlebige Güter. Es gibt die Warenhandelsbilanz der USA für die Nübe und es gibt die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Alles das um 14.30 Uhr dann live aus den USA über den Ticker. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir direkt mal in die Chartvorbereitung. Wenn Sie schon mal reingeschaut haben in den Blog heute geht es um den Hang Seng, um den europolnischen Slotty und mal wieder um den Bitcoin. Den hatten wir ja vor ein paar Tagen auch schon auf der Uhr. Da ist einiges in unsere Richtung passiert. Das Szenario, was wir hier präferiert haben, ist auch aufgetreten. Heißt, wir schauen mal, wo wir jetzt stehen und was wir eventuell erwarten können. Hier die Charts dazu. Ich starte mit dem Hang Seng. Der Hang Seng hat hier eine interessante Geschichte gemacht. Und zwar, Sie sehen es hier im Chart entsprechend eingezeichnet. Der Markt ist hier hochgelaufen und hat hier entsprechend, nachdem er in dieser Unterstützungszone um die 27.760 Punkte aufgedutzt ist und dann direkt nach oben gedreht ist. Hier bis rein in diesen, ja, in diesen, in diesen, in diesen Bereich um die 28.990 Punkte Marke reingestüpft. Und jetzt an diesen Stellen, wissen Sie ja, können immer zwei Sachen passieren. Nummer eins, was hier passiert ist entsprechend, wir sind mal über dieses Hoch hier drüber gegangen. Das heißt, das ist schon mal ein Bereich, wo wir gesagt haben, okay, da ist dieses Hoch hier rausgenommen worden. Und das kann dann entweder für starke Aufwärtsdynamik oder für Gewinnmitnahmen sorgen. So, das ist jetzt der Punkt. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir es hier. Der Markt ist drüber gestiegen. Schauen Sie, wir hatten hier sogar einen Upgap. Der Markt ist noch ein kurzes Stück höher gelaufen, läuft jetzt nach unten. Hier kann es jetzt passieren, dass der Markt tiefer korrigiert. Aus dem untergeordneten Stundentrend habe ich diese Marken hier unten rausgenommen bei 28.189 und 28.044 Punkten. Da lagen oder liegen Korrektortiefs. Ich schalte mal ganz kurz rüber in die Stunde hinein. Da muss ich das Bild mal etwas kleiner machen. Hier schauen Sie sich diesen Trendverlauf an. Hier ging es schön nach oben entsprechend. Hier haben wir dann so Marken gehabt um die, um diese Bereiche herum. Das deckt sich auch so ein bisschen um die Tagestiefs und Tagestadt. Das heißt, das sind die Bereiche, die wir aus dem Trendverlauf der Stunde so ein bisschen weit identifizieren können. Hier gibt es noch einen kleinen Punkt um die 28.569 Punkte. Marke, die als Anlaufstelle halten könnte, muss man sehen, was der Markt draus wird. Ich weiß, hier schauen einige kurzfristige Trader zu. Das sind natürlich dann die Marken, wo die kurzfristigen Trader ganz genau hinschauen. Die letzten Stunden gingen hier doch deutlich abwärts. Das sehen wir und das ist dann eine Situation, wie wir sie momentan des öfteren an den Märkten sehen, dass wir in wichtige Punkte reinlaufen, kurz drüber dutzen und dann erst mal der Abverkauf kommt. Aber interessant ist, was danach passiert. Wir haben ja die Situation, also wie schon gesagt, der Markt kann ohne weiteres auch hier runter korrigieren. Hier unten dieses Unterstützungslevel steht auch da, um den Preisverfall aufzuhalten. Wir sind erst mal auf alle Fälle auch hier oben drüber gegangen. Das heißt, diese Abwärtsdynamik ist erst mal rausgenommen worden. Jetzt könnte sich hier dann übergeordnet ein Aufwärtstrend bilden und dazu braucht man natürlich erst mal die aufwärts bewegen. Das heißt, wir schauen jetzt hier erst einmal zu nach unten hin, ist einiges an Potenzial noch da. Das habe ich gezeigt. Das wäre das für das kurzfristige Trading. Dreht der Markt hier dann irgendwann rum, dann haben wir natürlich die Chance, dass wenn er wieder hier oben drüber läuft über das Hoch von 29.000 um die 100-Punkte-Marke, dass wir dann hier einen untergeordneten bzw. einen gültigen Aufwärtstrend bekommen. Momentan haben wir eine Bewegung, die hier dieses Korrekturhoch rausgebrochen hat und dann könnte sich der Aufwärtstrend bilden. Wenn sich dieser Aufwärtstrend bildet, das ist also jetzt mal eine Trading-Idee mehr für die Watchlist, für die Swing-Trades nach oben hin, dann wäre es natürlich interessant mal zu schauen, wo der Markt weiter hingehen kann. Und hier schauen Sie auch, wir haben hier einige Levels aus den Trendverläufen, auch der untergeordneten Zeiteinheiten, was wir auch hier im Tagesschat sehen. Das haben wir einmal hier diesen Bereich um die 29.470, 78 haben wir hier in diesem Bereich dann hier oben. Da haben wir diese Tageshochs liegen bei 28.869 und 28.983 Punkten. Und das sind auch die Dinge, die wir hier im Stundenchart mit sehen können. Wenn ich dir mal etwas kleiner zoome für Sie, das sind hier die Anlaufpunkte. Schauen Sie, das sind ganz markante Bereiche hier, die wir im Chart liegen haben, im Stundenchart. Das ist mal sehr schön, der Trendverlauf nach unten zu sehen hier. Und das ist genau das, wo wir unsere Zielmarken nach oben hin mit angeben können. Also das mal als Ideen mit Fokus auf diesen Index hier aus China. Und damit wechseln wir zum nächsten Markt in den Währungsmarkt hinein und zwar ins europolnische Slotty. Hier haben wir den Tagesschat vom europolnischen Slotty. Hier können Sie auch schön sehen, wie der Aufwärtstrend nach oben läuft und jetzt in seiner tiefen Korrektur steht. Ich zoome das gleich direkt für Sie rein. Keine Sorge, wir gucken uns den Markt mal im Gesamten an. Was ist hier passiert? Schauen Sie, wir hatten hier unten bei 4,28 950 haben wir jetzt einen Bereich, wo wir zweimal angestoßen sind und der Markt direkt wieder nach oben getrendet hat. Also der Markt ist direkt nach oben geschoben. Das ist jetzt hier zweimal passiert. Gestern ist er hier auch schon mal deutlich nach oben gelaufen und an dieser Marke kommt es jetzt darauf an, was macht der Markt in Zukunft? Sie sehen hier oben diesen rot markierten Bereich um die Marke von 4,34 780. Das Hoch von dieser Kerze hier am 20.07. war sogar noch etwas weiter gelaufen. Das ist bei 4,35 003 hier oben zu sehen. Das ist etwas über diesen Bereich hier drüber gelaufen. War ein Punkt, was wir ähnlich gesehen haben wie gerade im Hang Seng, wo man einfach mal so ein Level rausgenommen hat, um dann nach unten zu laufen. Und hier ist jetzt halt die Situation. Gestern hatten wir den schönen Hochlauf, dann kam wieder Schwäche in den Markt. Hier dreht sich jetzt alles um diese Marke von 4,28 950. Kommt hier stärker rein, dann haben wir die Chance, nach diesem ersten Aufwärtsschub nach oben einen zweiten Aufwärtsschub nach oben zu bekommen. Wenn der Markt das Ganze spielt, dann haben wir hier als Anlaufpunkte auf der Oberseite natürlich erst einmal das Tageshoch von gestern bei um die 4,31 054, gefolgt dann von der 4,33 458, bevor wir hier oben in diesen Bereich wieder reinlaufen. Das wäre das Setup, wo wir dann sagen, hier könnte tatsächlich jetzt die Bewegung erneut in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends springen. Laufen wir dann drüber. Das ist wirklich etwas dann für das langfristigere Trading. Schauen Sie, da haben wir hier wieder einige Tageshochs liegen auf dem Weg zum aktuellen Trend hoch des übergeordneten Trends bei 4,41 2,35. Das ist jetzt das Ganze hier nach oben. Sollte allerdings dieser Bereich hier unten brechen, dann haben wir erst einmal weiterhin deutliche Abwärtsdynamik. Die Trendkorrektur an sich könnte dann noch laufen bis 4,25 5,96 hier unten. Das ist dieses aktuelle Trend tief des übergeordneten Trends. Das wäre mal ein starker Haltebereich, wenn diese aktuelle Unterstützung hier die hellgrün eingezeichnet, das am Markt tatsächlich nicht halten sollte. Gucken wir hier auch mal in die Stunde. Da sehen wir etwas Unentschlossenheit. Aber was wir hier auch sehen, ist natürlich die Tatsache, der Markt ist jetzt hier gestern. Schauen Sie mal, hier waren diese Schwünge nach unten. Der Markt ist hier gestern schön nach oben etwas getrendet. Wir sehen auch in der Stunde hier diesen Schub nach oben. Jetzt ist er halt einfach wieder hier runtergefallen und liegt jetzt hier unten wie so ein Stein. Wir haben auch eine relativ flache Range. Das könnte hier unten eine Bodenbildung sein. Das könnte auch abwarten auf die Pressekonferenz sein. Ich habe keine Ahnung, aus welchen Gründen der Markt hier unten so seitwärts tendiert. Wie schon gesagt, wenn das hier eine Bodenbildung sein sollte, dann spricht das auch dafür, dass das Absprunglevel, also hier unten diese Unterstützung, doch auch halten kann und der Markt nach oben dreht. Wir müssen hier wirklich schauen, was der Markt macht. Wir haben hier einen Spannungsbogen, der sich in beide Richtungen auflösen kann, um dann hier sozusagen, ja, um uns zu zeigen, wo es hingehen soll. Präferieren würde ich persönlich, das ist jetzt wieder meine eigene Meinung, wenn der Markt hier rumdreht und nach oben steigt, weil das wäre dann die Situation, dass wir hier auch einen Aufwärtstrend bilden könnten, der dann untergeordnet in den übergeordneten Aufwärtstrend läuft. Ob es der Markt macht, wir wissen es nicht. Die Unterseite ist auch immer noch da. Also hier wieder hinschauen und abwarten wird sich lohnen. Und damit gehen wir zum Bitcoin. Diese Währung ist ja immer mal wieder für ordentlich Bewegung gut. Wir sehen das hier. Wir hatten sie vor kurzem auch besprochen, als wir von unten rausgekommen sind, als hier dieser Aufwärtstrend entstanden ist und der Markt dann hier an diesem wichtigen Level angekommen ist, hier bei 6.781 in diesem Bereich, wo wir gesagt haben, was passiert denn jetzt hier? Stößt er nur an, dreht wieder runter oder schiebt er nach oben. Wenn er nach oben schiebt, dann haben wir hier die Anlauflevel auf der Oberseite gehabt, bei 8.101 und dann hier oben bei 8.417. Das waren mal so ein paar Tageshochs. Die hat er jetzt schon rausgenommen. Gestern hat er dann mit einer ordentlichen Gegenbewegung am Markt reagiert. Das heißt, hier haben sich dann einfach keine Käufer mehr gefunden. Jetzt bleibt es hier natürlich sehr, sehr spannend, was passiert. Zwei Möglichkeiten gibt es. Wie immer, nach unten oder nach oben spielt der Markt die Schwäche, dann wäre der erste Anlaufpunkt hier dieser Ausbruchsbereich von 7.681 US-Dollar, gefolgt dann hier von dieser Marke bei 7.245, wo wir hier einige Tiefs hatten, wo der Markt dann aber direkt wieder nach oben gedreht ist. Das wären mal so zwei Anlaufpunkte, wo man sagen könnte, hier könnte es im kurzfristigen Bereich dann als Korrektur dieser starken Aufwärtsbewegung auch hingehen. Andererseits kommt wieder Stärke rein. Das ist ja auch etwas, was uns bei dieser Währung hier nicht wundern braucht. Diese starken dynamischen Schübe nach oben oder nach unten kommt Stärke rein. Dann laufen wir auf alle Fälle erstmal hier über die 4.877 drüber. Das heißt, das Tageshoch von gestern. Und dann wird dieser Widerstandsbereich hier oben um die 8.552 Punkte Marke wieder in Angriff genommen. Schafft es der Markt, also die Käufer am Markt, die Währung hier drüber zu wuppen, dann haben wir hier in relativer Nähe auch einige interessante Tageshochs liegen. Also hier im Bereich der 8.836, 9.119 und 9.402 US-Dollar liegen interessante Anlaufpunkte, die wir auf dem Weg nach oben schon auch noch mitnehmen können. Und wenn wir uns das Ganze mal dann im längerfristigen Bereich auch anschauen, wir haben ja diese wahnsinnigen Schübe hier nach unten gehabt, nach oben wieder runter. Wir haben auch einiges an Luft nach oben, ohne diese Abwärtsdynamik hier entsprechend kaputt zu machen. Also es bleibt hier hochinteressant, was in diesem Markt passiert. Das heißt hier auch immer mal, wer das mag und diese Währung gerne handeln möchte, einen Blick drauf werfen, um hier die Bewegung schön zu antizipieren. Und Sie sehen, es gibt immer mal so Bereiche, wo man sagen kann, da kann man auch mit relativ geringem Risiko entsprechend einsteigen und die Märkte hier ja ein Stück des Weges, egal in welche Richtung, auch begleiten. Ah, ich sehe, die Elena ist auch hier. Guten Morgen, liebe Elena, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier auch mal reinzuschauen. Damit sind wir auch schon so gut wie fertig für das heutige Webinar. Die Live-Besprechung mit den wichtigsten Themen plus den Bonus, den DAX hier, haben wir heute in der Agenda oder auf der Agenda gehabt. Ich hoffe, der ein oder andere konnte eine schöne Idee mitnehmen, die für das Trading hilft. Morgen früh, aller, aller spätestens 8 Uhr gibt es wieder den Blog-Eintrag und um 9.30 Uhr sehen wir uns dann wieder hier an gleicher Stelle im Live-Webinar. Für diejenigen, die die Aufzeichnung schauen, gerne auch im Nachgang, im YouTube-Kanal von Tickmüll einfach auf die entsprechenden Aufzeichnungen klicken und danach können Sie das Ganze auch immer wieder anschauen, wenn Sie es mögen. Also in diesem Sinne, guten Trades, einen erfolgreichen Tag und bis morgen, Ihr Mike Seidel.